Herzlich willkommen zur Videoreihe Take the Basic. In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen den elektrischen Strom. Lassen Sie uns gemeinsam die wichtigsten Fachbegriffe der Elektrotechnik erkunden. Der elektrische Strom ist einer der grundlegenden physikalischen Größen in der Elektrotechnik und einer der wichtigsten Bestandteile unseres technologischen Fortschrittes. In der Regel ist elektrischer Strom nichts anderes als der Transport von Ladungsträgern, also Elektronen, durch einen Leiter. Die Elektronen fließen durch das Kupferkabel und haben dabei eine festgelegte Richtung, ähnlich wie Wasser in einem Rohr. Dieser Strom wird mit der physikalischen Größe der elektrischen Stromstärke bemessen, welche als Vormezeichen I und als Einheit Ampere hat. Die physikalische Größe ist einfach gesagt eine messbare Eigenschaft. Beim elektrischen Stromfluss können in Abhängigkeit der Stromstärke verschiedene physikalische Effekte auftreten. Dazu zählt zum Beispiel die Erwärmung des Leiters. Das kennen wir zum Beispiel von Heizstäben oder Glühlampen. Sobald sich Ladungen bewegen, entsteht ein Magnetfeld um den Stromfluss. Das passiert zum Beispiel bei Elektromotoren oder Elektromagneten. Der elektrische Strom spielt also eine unverzichtbare Rolle in unserer Welt. Ein solides Grundverständnis ist somit der Schlüssel für einen sicheren Umgang. Vielen Dank, dass Sie unser Erklärvideo zum elektrischen Strom angeschaut haben. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen bei Ihren Fragen geholfen. Weitere Videos der Serie TechTap Basic finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.